Aua. Danke für den Boost. Scheiße, ich regeneriere nicht mehr. Ach fuck, Alter. Ich muss eigentlich wieder hoch auf die Bäume. Hm, ne Schlucht, herrlich. Das freut mich aber. Was wir mal gebrauchen könnten, wäre ein Villager-Dorf. Das ist nämlich auch das, was ich gerade so besuchen will. Aber wir müssen erstmal was pressen. Hier ist der Enderman, den gucken wir uns ja gar nicht an. Der wäre unser Tod. Mit dem Lederhähmchen hier wäre er einfach unser Tod. Ah, ne, das Skelett brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Es war so klar. Es war so klar, dass das Skelett mich trifft. Da hinten sehe ich Wiese. Und ich sehe Licht. Licht am Ende des Horizonts. Aber es wird nur Lava sein. Digga, wer ist der Jump'n'Run-Gott? Tja, jetzt kommen wir. Ne, Alter. Was wird denn das, Junge? Das ist ja ein Dreißiger, Alter. Was ist er mir? Aua. Einfach hinterher gekommen. Naja, kein Rustfall. Ne, nicht runterfallen. Kommt er mir immer noch hinterher? Ich höre ihn doch. Der kommt mir immer noch hinterher, der Rust. Ja, alles klar. Ich verpisse mich einfach. Kein Bock. Da hinten ist Licht. Also, hier war auch Licht. Ich glaube, es ist ein Dorf. Naja, das ist kein Dorf, oder? Ne, aber das ist geil. Ah, jetzt müssen wir nur gucken. Ich kenne die Blöcke noch nicht. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar, Junge. Wir werden sterben, ne? Ne, wir gehen auf ein halbes Herz runter. So war das, ne? Oh mein Gott. Ne, nicht mal. Boah, Alter. Was ein Pech. Was? Das ist auch ein Skelett? Ich bin am Arsch. Okay, wir müssen regenerieren. Boah, ey, das ist echt... Challenged mich hier richtig, das Spiel. Oh, und ein Creeper. Scheiße. Mann, scheiße. Ich dachte, ich sehe ein Dorf und das sehe ich. Aber da gibt es eine Kiste mit geheimem Stuff drin, die will ich haben. Boah, es muss einfach mal Tag werden, bitte. Es muss einfach mal fucking Tag werden. Was merken wir uns? Ich gehe jetzt erstmal... Oh, ich muss schnell wieder fressen. Fuck. Was sagt denn die Sonne? Äh, die Sonne, der Mond, meine ich. Was sagt der Mond? Kann es mal wieder Tag werden? Da sind Baby... Ja, okay, es hat sich Tag sehr gut. Das schmeckt mir jetzt gar nicht. Nein! Oh mein Gott, Alter. Das ist jetzt nicht wahr. Oh, Gott sei Dank, es wird Tag. Ihr werdet alle sterben. Nenne ich Bock auf die Skelette? Früher war eine Skelette kein Problem. Irgendwann haben sie die richtig krass überarbeitet. So, mal gucken, ob wir hier irgendwann... Hier sieht es eigentlich ganz schön aus, ne? Ist gar nicht, gar nicht so ein scheiß Spot hier. So, kann jetzt mal die scheiß Sonne aufgehen, Alter? Nachts kommen auch keine Tiere mehr. Ich weiß nicht, seit wann das so ist. Aber nachts kommen einfach keine Tiere mehr. Ja, okay. Was habt ihr bitte für eine Reichweite? Nein, ich sterbe jetzt. Ich renne weg. Nein, ich renne weg. Ist mir scheißegal. Ich regeneriere halt nicht. Boah, sind die Bastarde schnell, Alter. Okay, da sind Bienen. Da will ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Okay, er ist verbrannt. Der andere noch nicht. Die Kleinen können halt echt gefährlich werden. Vor allem, wenn man kein Leben hat. Nein. Ja, es ist so klar. Warum auch? Juge, warum habe ich es probiert? Boah, scheiße, Alter. Okay, ich werde... Ich muss zurückfinden. Das war jetzt echt nicht nice, Alter. Das war jetzt echt gar nicht nice. Wir müssen gucken, wo die kleine Insel ist. Wir sind zu der kleinen Insel. Und von der kleinen Insel weiß ich den Wege ungefähr. Dann kommen wir wenigstens auch an den Dings vorbei. Moin, Jungs. Ich weiß, ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich habe nicht eure Familien vorhin ermordet. Ach, Alter. Das war gerade so unnötig. Das war gerade so unnötig. Ich weiß, ich sage die ganze Zeit. Ja, die Kleinen. Da muss man aufpassen. Ah, dann lasse ich mich einfach killen. Wir fielen hier in die richtige Richtung. Sieht so aus, ne? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, wie lange die Items da liegen, bis die despawnen. Ja, das ist der richtige Weg. Immerhin waren wir nicht ganz so weit weg, zum Glück. Aber schon mies ärgerlich. Jetzt alles nochmal neu dahin zu sneaken, Alter. Hin zu sprinten, eher. Gut, dass man inzwischen so schnell schwimmt, Alter. Wir müssen halt jetzt irgendwie zusehen, dass wir am besten... Ich hatte am liebsten ein Villager-Dorf. Da, wo ich mich einfach bei denen ins Bett legen kann. Erstmal chillen. Schön Gemüse bei den Clown. Schön Küsten... Küsten... Schön Küsten-Looten. Schön Kü... Alter, hab ich dumm. Schön Küsten-Looten bei denen. Ja, das wäre schon ganz nice. Jetzt muss ich mal gucken. Es war grob so die Richtung. Am besten laufe ich auf den... Auf den Bäumen, dann sehe ich wenigstens was. Okay, hier ist... Das sieht schon... Ist das ein Kürbis? Da hat es sich ja doch noch gelohnt. Wir haben Kürbis und Melonen. Not bad. Ich muss halt aufpassen, weil hier zwischen dem... Kann ich den eigentlich einfach so essen? Nee, ne? Doch, oder? Habe ich den gerade gegessen? Nein. Ich bin einfach nur lost. Okay. Scheiß drauf. Wir müssen weiter, denn wir kriegen sonst gleich Hunger. Und Hunger ist nicht gut. Boah, das Problem ist... Moin Wolf. Ich bin in Frieden hier. Das Problem ist, hier sind halt schon echt ein ganz schönes Stück gelaufen. Wir müssen zusehen, dass wir zu der Lichtung kommen. Bevor wir nicht mehr sprinten können. Nämlich jetzt. Geil. Geil, Leute. Es muss eigentlich... Es kann eigentlich nicht mehr so weit sein. Boah, ist jetzt echt problematisch, ne? Gar keinen Bock gleich nochmal zu sterben. Meine Items. Ich glaube, die de-spawn irgendwann. Ne, ich bin der größte Noob. Oh, sorry. Musste ich einfach mit dem Kürbis totboxen. Ich hoffe, es vergiftet mich jetzt nicht. Geiles Kotelett auf jeden. So, jetzt looten wir erstmal hier die Kiste. Okay, Obsidian. Ja, ja. Ein paar goldene Melonen. Was können die eigentlich nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Goldhacke. Geil. Moin. Wolle nehme ich auch gerne. Danke, lieber Wolf. Fürs Vorschlachten. Wenn ich nur noch einsammeln muss. So, da vorne müssten irgendwo unsere Items sein. Ich hoffe, die sind jetzt noch da. Wenn nicht richtig ärgerlich. Das war auf der Wiese schon. Ich sprinte durch dieser kleine Dreckszombie, Alter. Aber hier sieht es eigentlich echt schön aus, finde ich. Hier ist Wasser, Wald. Diese Berge da sehen nice aus. Das war wohl nicht unser. Na, da seht ihr jetzt mal wenigstens die Kühe. Moin. Servus. Moin. Hier sind all unsere Sachen, Gott sei Dank. Erstmal alles einsammeln. Ich glaube, für alles haben wir gar nicht Platz, ne? So, dann müssen wir mal gucken, was werfen wir weg. Stöcke können wir wegwerfen. Melonen hätte ich gern. Ein Rohsrindfleisch können wir wegwerfen. Leder brauchen wir auch nicht erst mal. Guckt mich nicht so vorwurfsvoll an. Das ist unser Schwert. Eisenklumpen. Beschwerter Druckplatte. Weiße Wolle. Rosenstrauch, den brauchen wir nicht. Huch. Ey. Was brauchen wir noch nicht? Werotzt, das Fleisch brauchen wir nicht. Äh, die Federn. Na komm, Federn brauchen wir auch nicht unbedingt. Die Knochen hätte ich ganz gern. Die Karte braucht keinen Schwanz, alter, aber... Die Holz hier, die Holzhacke braucht auch keiner. So, das brauchen wir noch. Dann können wir leider nur... Na komm, die drei Erde brauchen wir nicht unbedingt. Wie viele Stöcke sind das? Die eine Melonen hier, da können wir drauf scheißen, so. Oh nee, was ist das noch? Erde haben wir ja weggeschmissen gerade. Alles klar, okay. Das sollte erstmal... Oh, ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Ich will jetzt nicht diese Funken... Die sehen übrigens auch neu aus. Die sehen schon ziemlich sick aus. Perfekt. Hier wäre jetzt meine Opfer. So, das bedeutet nämlich, wir können uns ein Bett machen. Das ist schon mal viel wert. So, ich würde gern... Schwert... Schwert... Spitzhacke... Das hier... Schaufel meine ich, Axt. Achso, und die Schuhe können wir uns natürlich anziehen. Feuerkugel... Feuerkugel... So... Das Hähnchen ist roh, ne? Ja, logischerweise. Okay, wir brauchen mehr... Wir brauchen Melonen. Ja, zum Glück ganz schön viele Melonen. Das heißt, das Essen... Jetzt sind wir halt eigentlich erstmal safe. Was ist das? Ist das ein Babyschwein? Das Problem ist, auch der Tag ist nicht ewig. Und... Äh... Der, da sind nochmal Kürbisse. Krass. Der Tag ist nicht ewig. Und ich hätte halt... Eigentlich gern wenigstens was zum Schlafen. Na gut, das können wir uns zur Not gleich so... Ganz schnell bauen. So, ich nehme die jetzt wegen dem Fleisch mit. Denn... Wir können alles an Essen gebrauchen. Und ich hätte halt echt... Wird halt echt gern ein Dorf finden. Ja, ob wir das heute an dem Tag noch schaffen, dass... Ich will das Babyschwein sehen. Oh, das ist aber süß. Nein, euch tue ich nichts. Mutter und Babyschwein werden am Leben sein. Aber du siehst aus wie mein nächstes Opfer. Leder können wir nicht mitnehmen. Und Fleisch hat sie nicht gedroppt. Oder wir haben schon eingesammelt. Bist du Papaschwein? Nein. Ich glaube nicht. Hm. Ich sehe nirgends ein Dorf. Wahrscheinlich wäre es schlauer, sich erstmal eine kleine... ...Holzhütte zu bauen. Sich ein bisschen Essen zu bauen. Essen anzubauen. Und erstmal zu chillen. Dann kann ich wieder nicht mehr rennen. Boah. So, lassen wir mal eine Melone rein. Wie sieht es mit der Sonne aus? Na ja, die steht schon gefährlich. Gefährlich weit. Oben. Unten, meine ich. So, ich würde sagen... Hier, die Scheiße brauchen wir eh für nix. Das müsste erstmal reichen. So. Wow. Sehr symmetrisch habe ich das gemacht. Perfekt, würde ich sagen. So, schnell die Werkbank platzieren. Dann... Scheiße. Schnell ein paar Wände hochziehen. Kacke. Ich bin... Oh nein, wir haben kein Holz mehr. Ich brauche mehr Holz. Alles was geht. Das hört sich gar nicht mal so kacke aus mit dem Texture Pack. Obwohl es Tropenholz ist. So, das wird das billigste und traurigste Zuhause überhaupt. Scheiße, wenn wir mal gucken, dass uns hier drin nix spawnen kann, ne? Das wäre natürlich schlecht. So. Aber ich kann auch schlecht. Hm. Naja, optimal sieht anders aus, ne? So, jetzt schnell ein Bett. Das kann man schon nicht mehr mitnehmen. Das ist schlecht. Tja, dann brauchen wir eigentlich eine Tür. So.